So, da ist er wieder. Aua, das ist der Scheiße. Achso, das darf man nicht sagen. Hier, Skatepark wieder Dienstag. Es ist 10 Uhr. Ich bin wieder nicht in Betrieb, sondern ich mache Fahrschule. Gestern Montag war ich mit dem Cheetah hier üben. Und heute nehme ich den Max zum Üben. Ich weiß gar nicht, ob ich es gestern schon gesagt habe. Weil, erst mal hier runterkommen. Ich habe ja sonst immer gefilmt in der Hand und bin nie gefahren. Und das nervt uns jetzt. Und darauf habe ich keinen Bock mehr, auf das dämliche Gefilme hier bloß rumzustehen. Und deswegen fahren wir schon die ganze Zeit immer zu zweit. Ich habe den GoPro auf dem Kopf. Natürlich sind meine Vorkünste jetzt nicht so toll. Also es klappt hier so, es geht. Aber die große Rampe oder so, das traue ich mir ja nicht. Und deswegen übe ich ein bisschen. Genau. Gestern habe ich gesehen, Cheetah, sehr frontlastig. Wobei Max doch schon eher ein bisschen hecklastig. Genau, muss ich mal gucken. Ich will heute ein bisschen Teile bestellen. Für den Max, der braucht einfach mal ein bisschen was. Ist nicht kaputt, aber ist ausgeschlagen. Neue Väter haben wir da. Härteren von, was weiß ich. GBM, Schlagmischstoß. Wisst ihr auch nicht. Warte mal, ich weiß nicht mal, ob ich filme. Schöner Vormittag, Sonne. Sogar schon Schokolade gegessen. Ja, ich filme. Ich bin nämlich nicht der Hellste. Menschenleer hier. Wir sind jetzt schon ein paar Mal zusammengefahren, immer. Macht halt wesentlich mehr Spaß, wenn zwei gefahren, als immer, wenn einer filmt. Ich habe einfach keinen Bock mehr. Es nervt mich. Tag live. Entschuldigung. Ich habe jetzt sogar mal, ich bin X-Maxx auf der Wiese gefahren über unsere Rampe. Sogar mit Original X-Maxx einen Backflip hinbekommen. Und so wie ich fahre, so wie ich sehe, zerschieße ich heute noch eine Antriebswelle. Das Endste, was bei Maxx immer ist, also was heißt immer. Aber seit wir den haben, vier Antriebswellen oder so, sind schon draufgegangen. Sonst nicht, das Ding ist scheiße geil. Genau wie der Granit oder so. Aber hier, das geht jetzt. Wenn ich die Schrauben jemals wieder locker kriegen soll. Naja, genau. Das liegt. Ja, muss gemacht werden. Der Dämpfer hat sich jetzt erstmal angeguckt. Das ist eigentlich schick, so Öl. Und wenn es mal ein paar Leute gibt. Ich bin es. Eins zum Hufel Landung. Oh, warst du das schon? Ich knicke immer manchmal in der Kurve. Das ist ja auch ziemlich frontlastig. Ich geh mal hier hoch. So, Sonne sieht man wieder nicht. Aber ich friere wenigstens, dass es nicht geht. Pass auf. Liegt auf dem Dach. Liegt auf dem Dach. Ich bin gerade hoch. Ich bin gerade hochgeklettert. Ach, Schkatze. Tja. Wo ist mein Gott jetzt? Ach, Mann. Ich schreibe mich nicht mal hier runter zu gehen. Warte mal. Bis gleich. Achso, hier und Kommentare wäre geil, ne? Immer weinen. Und wenn ich Kommentare schreibe. Also ich finde, ich schreibe. Es kann nur mal sein, dass ich jemanden vergesse dann immer. Und die kleine Schreibe, wegen Arbeit. Aber ich versuch's. Und ich schau mir immer die ganzen Videos an. Coala-Videos sind geile von Harry, was weiß ich. Krabber-Duck, Coala, Sherpa, geil. Schön beruhigend. Hallo. Nächstes Mal quennen, jetzt wird geil. Ja. Akku raus, nicht? Ich habe auch noch nicht geschafft. Gut. Also, Herr Braut. Gut. Also, wer den Becher sucht. Max. Und ein Geschränk zu empfehlen. Aber am besten gleich mit einer Unbreakable. Sonst gibt's bloß Drama dann. Und die Original-Kar und die Vitrine. Achso, und die Räder. Naja. Zukleben, ja, nein? Tja. Klar, wenn ich durch die Fitzen fahre, zukleben. Aber hier auf dem Park. Brauche ich die Löcher. Müssen sie blähen, ne? Sonst... Krieg ich das Scheißhaus nie rum in der Luft. Wem könnte ich denn heute Nachmittag fahren? Den Kardon, ne? Brauche ich mich nicht. Outcast hat's. Skateboard-Verbot. Das Scheißding ist noch kaputt. Der ist nicht, die LXB. Ist zu schwer, eindeutig. Zu schwer. Das wird dumm. Passt zu mir. Genau, wenn wir das nächste Mal hier sind, mit Söhnchen, hat jeder eine Kamera. Mal sehen. Vielleicht kommt ja coole Bilder. Aber so ein stundenlanges Geschneid hier wird's nicht mehr geben. Das ist schon ein geiles Auto. Nein! Oh, ich bin dämlich. Dämlich, dämlich, dämlich. Das Auto hat gelitten. Aber es ist wirklich Wahnsinn. Wahnsinn, die Korre. Oh Gott. Habe ich die Kamera angemacht? Habe ich? Was ist in der Box? Oh, die Komodos-On-Gel. Akku völlig ausreichend hier, wenn's geht die. Trotzdem mal eben bestellen hier. Wie steht denn die Servo? Warte. So, wo wollen wir ran? Ah, Sporstangen habt ihr da, genau. Sporstangen waren ausgeschlagen. Ja. Oh Gott, hier kann man nur so bretternd sein. Ja, da kaufe ich aber hier nicht hier teures oder so. Das hält ja. Hat über ein Jahr gehalten. Brauchst du nicht hier spezial ungehärtet, gehärtet oder was weiß ich. Völliger Morgs. Ach, wie viel hier so ein Hobby, Max, irgendwas. Ja, ist alles schön und gut, aber reicht doch für das Auto. Mit dem richtigen Akku ist das da eh schon ein übelster Springback. Jetzt will ich da mehr Power oder 6S, geht gar nicht. Uh-huh. 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 War jetzt immer eine ganze Zeit Kualen alleine und unseren Kualer, den wir gebaut haben. Auch lustig. Jetzt will ich ab und mal wieder. Da lehne Kualen, hab ich auch keinen. Na, langweilig. Mir nicht. Das denke ich doch, gell. Warum? Nur für den Kick, für den Augenblick. Die Leute lunschen hier durch die Hecke, ey. Das ist der GFKK-Strand. So, und unser heutiges, ich hab das Video geguckt. Codewort ist äh, 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 ist bomfortionös. Also Codewort bomfortionös. Wenn das nur einmal in den Kommentaren steht, fresse ich nicht irgendwas. Könnt ihr euch was überlegen, was ich machen soll? Außer arbeiten, das zählt nicht. Das will ich nicht. Ach ja, auch hier. Tanke, eine Tüte von der Tanke. Mit Essen. Die Jugend. Keine Ahnung. Ah. Andersrum ist das, glaube ich, nicht so. Ah ja, schön über die Räder. Ja, angenehm, mein Freund. Immer schön über Lädel ablallen. Ach, jetzt hab ich schon Hunger auf Reis. Mit Tunnelfleiß. Das wär auch ernst schön komfortionös. Ich weiß gar nicht, man muss... Nee, ich guck lieber gar nicht. Man muss hier auch so viele Sachen sagen für den Algorithmus. Ich fahre mit meinem RC-Car Traxxas Max 4S auf einem Skatepark. Remote Control Vehicles are the best. Und ich liebe Johnny Hunt. Nicht. RC-Freunde Bayerwald sind ganz lustig. Wir haben ein Gewinnspiel gewonnen. Das wär aber zu viel gewesen. Jetzt hab ich Hunger. Und ich hab Lust, mit einem anderen Auto hier zu fachen, Schuchu. Bin ich dumm, dumm, dumm. Hier, Müll. Dreckschweine hier. Durstlöscher, ja, das geht gut. Oh, hier, Grillanzünder. Und die das Geld her. Genau. Oh, muss ich heute Nachmittag machen. Das nervt. Nervt mich. Hier. Schön auf die Willi-Bow aufgekommen hinten, aber bei Max geht das. Ich bleib unten, ist mir zu dämlicher. Dass ich der Röhlich bin, das weiß ein jedes Kind. Ich muss dann gleich erst mal so hinzuschreiben, dass ich hier über der Rande gesprungen bin. Unter Einsatz meines... Nee. Unter Einsatz des Lebens von Max. Oder was weiß ich. Ist doch scheißegal. Da habe ich jetzt einen... Guck schon mal Videos bei YouTube. Aus der Arktis. Krasser Typ dort. Nein. So. Umgekippt. Ich probiere es nochmal. Gehe hoch. Es ist richtig entspannt hier. Dienstagvormittag. Wenn jetzt noch der 11 Uhr Bus halten würde, wäre es natürlich noch besser. Oh Gott. Ach. Zock. So. Nie umkippen. Das wären natürlich stundenlange Videos, aber... Ohohohoho. Bin ich ein krasser Dude. Ich stehe an den Videos jetzt auch nicht mehr... Nein. Mann. Ah. Ich bin klug. Ich würde es einem ja stundenlang an den Videos rumschnippeln. Wenn ich wieder arbeiten bin, fehlt mir einfach heute Zeit dafür. Wo ist das Auto? Wo ist das Auto? Hä? Schaut da Auto mit? Oh. Bis zum Fick bin ich sehend hier. Jetzt habe ich wieder vergessen. Habe ich die Kamera angeschalten oder nicht? Klickt es hier rot? Ja. Die Karte ist auch gleich wieder voll. Aber... Ich lösche immer von der SD-Karte und... Speicherplatz bleibt immer nicht zu schwarz. Oh, der schlägt schön durch. Das müssen wir mal ändern. Genau. GBM oder wie das fährt und zwar kässt. Durchschlagen ist ja gut. Ja. Aber das ist mir zu viel. Genauso wie bei unseren Kratern, bei unseren Kleinen. Alter, das ist doch nicht wahr. Ich will nicht viel. Aber... Genau. Jetzt ist gerade der Wurm drin. Für den Max haben wir auch das Light-Kit. Aber... Mit dem Skatepark machen wir es ab. Beim X-Max geht es zwar. Da passiert nichts. Aber... Beim Max... ... ist es ein Stück weit da vorne. Scheiß-Lattung. Das denke ich mir manchmal. So schräg. Achso, genau. Ja. Der hat ja eh eine kaputte Welle. Da gehen immer bloß die Außenteile. Die Gehäuse reißen ein. Aber jetzt geht es noch. Genau. Das sind jetzt die Sprünge der Saison. Ich will üben. Nicht nach vorne. Nicht so. Hey, das nervt hier. Das schlägt zu sehr. Durch. Haben wir bloß ein... Logischerweise 4S-Akku. Aber... Plus... 4000er oder so. Also für einen Skatepark reicht das. Für die Wiese. Ungeeignet. Das macht Spaß hier alleine. Also mit so einem Schmerz natürlich mehr Spaß. Aber dieses bescheuerte Gefilme, das... Also nee, es ist nicht bescheuert. Aber man kann es einfach auf den Kopf machen. Und wenn die Videos dann nicht so toll wären, naja. Aber wir hatten Spaß. Also mit Max komme ich wesentlich besser zurecht. Das nächste Mal. Granite, Granite. Das Sension hat einen Granite. Ich gehe nicht erst hoch. Weil wenn ich um bin... Was war das? Wenn ich um bin, kippe ich wieder um. Naja, geht er langsam. Ah, der wird sich schön freuen. Der wird staunen. Und da wären wir hier schön. Irgendwas schleift. Da gibt es hier schön stundenlange Battles. Oh, ich bin da behämmert, ey. Also, oh, Handling Max, ne? Was soll ich sagen? Wenn ich zu Hause bin, mache ich mir ein Kloß mit Soße. Ja, falls jemand fragt. Ja, da schaut es her. Da liegt es auch noch. Wo das Schnee war, wo der Schnee hier war mit dem... Mit dem X-Max, das war geil. Müssen wir ein bisschen aufpassen hier. Hier. Mit der Stallkurve, draußen ist die kleine Straße. Wenn ich dort Knallgas gebe, dann... Hängt der Max irgendwo an der Windschutzscheibe. Oh, hier kommt's ne Milch. Ah, geiler Max. Oh. Warum das? Ah, das war natürlich dämlich. Das war sehr dämlich, ja. Deine Frau, Franke. Morgen... Hab ich auch noch von? Nee, morgen... Ach, was weiß ich. Ja, das ist hier noch ein bisschen... Da müssen wir ein bisschen arbeiten hier. Mock-Crate. Gesehen, bei Max ist ein Motorkabel durchgescheuert, die Isolierung. Oh, was ist denn jetzt hier? Manchmal, aber nur manchmal. Wär ich nie so alt und so fett, könnte ich mal hier hoch. Aber ja, hab's ja gesagt. Bestimmt schön, ob's mal ausfliegen. Nee, ich lass es lieber. Also hoch geht vielleicht. Nee, das geht nicht. Nö, nö, Ecke hot. Sommer. Oh, das ist die Hirnbeinig. Oh, hier. Der Unbreakable is breakable. Ja. Wurzulig Sorgen, nicht? So, mal sein, hier. Oh, 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 oh. Tee, das ist alles. Wollen wir auch so. Da war der Rampe zu Ende. Oh, dort hinten. Dieses Ding gestört mich dort ein bisschen diese Kante drin. Da weiß ich nicht, was die anderen Leute dazu machen. Ah, gerade noch mal so geschliffen hier. Nee, der schlägt zu sehr. Über ein Jahr haben wir den jetzt. Oh, Mann, Mann, Mann hier. Das kann doch nicht sein, Hans-Tier. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein.